ja hey freunde und damit herzlich willkommen zu einer kleinen ankündigung so ich habe mir gedanken gemacht ich bin hier im feuerbereich jacke ich bin draußen ich habe mir überlegt wir machen jetzt nur live streams live streams ist immer gut bei videos ist es irgendwie ein bisschen scheiße scheiße auf deutsch gesagt ich habe irgendwie keinen bock mehr auf videos weil immer dieses ganze geschneide aufnehmen und so das da habe ich ja gut ich nehme mir jetzt mehr zeit für euch ist alles klar mir ist auch alles gut und ja also das jetzt wir machen nur live streams ich werde jetzt jeden tag eins einmachen heute hat das nicht so geklappt ich hab zwei gemacht drei gemacht aber ich dachte das kann eine benachrichtigung ausführen und ja ist halt so ne also wir machen nur live streams heute nicht mehr jetzt kommt das virus und ja wir machen nur live streams wenn ich jetzt mehr aus habe sagen wir jetzt mal keine ahnung 5000 geschätzt jetzt ne und die aufrufe dementsprechend gut sind dann vielleicht wieder videos ne aber so hat das kein sinn ne ich habe das meine video von heute gelöscht das hat keinen sinn das hat einfach keinen sinn ja dann streamen wir halt nur zwei drei stunden oder was weiß ich wir haben jetzt 200 wochen dann haben wir winterferien ich denke mal da haben wir mal zwölfer raus und zwölf stunden stream ich wusste mir das nicht mal überlegt weil ihr guckt ganz gut zu ne ich glaube das war vorgestern oder gestern da hatten wir 13 zuschauer was wüsste ne muss man ein bisschen mehr werden eigentlich finde ich nicht 30 ne aber ja eigentlich war das ziemlich gut ziemlich gut finde ich auch richtig geil ne dass ihr es wisst lasst diesem video gerne einen down nach oben da weil das andere video von heute ist halt zweitigstags das ist ein bisschen klar die dislikes die unterstützen mich natürlich auch ein bisschen ne aber leute likes ist immer gut gesehen ne dass ihr es wisst lasst gerne ein like da teilt mein kanal auf jeden fall weiter das würde mich sehr 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 freuen ne ihr gebt schon euer bestes ne und ja dann wisst ihr bescheid also denke ich mal ich zoppe gleich ein bisschen noch weiter aber ich muss dann ins bett schule 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 aber ich habe keine lust mehr keine lust mehr ich hatte heute das erste mal krank mit dem gast und das tut auch weh wieder wegkommen aber nütze nicht so haut rein bis morgen ciao